Heute bin ich in den Hamburger Kammerspielen. Da gucke ich mal hinter die Kulisse. Hallo Emily, herzlich willkommen in den Hamburger Kammerspielen. Mein Name ist Simone. Und ich bin Sören und ich freue mich, dass du uns mal besuchen kommst. Ich habe schon viel von dir gehört und gesehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal direkt los hinter die Kulissen. So, und das ist also mein Arbeitsplatz. Hier sitze ich heute Abend und mache den Ton. Sprech mal was rein. Hallo und hallo. Hast du gehört? Ja. Hier kommt das Monster. Sag mal. Hier kommt das Monster. Genau. Hier sieht man jetzt so eine Kulisse mal von hinten aus. Von vorne noch richtig schön und von hinten dann doch auch viel eher unspektakulär. Hier ist der Platz vom Inspezienten. Der Kopfhörer ist dafür da, dass der mit dem Spellwerker oben Kontakt hat. Und der sagt ihm, wenn alle Schauspieler hier sind und wenn der das Licht anstellen kann. Und wenn die Schauspieler auf die Bühne gehen. Da gibt er dem die Info und sagt so, jetzt sind die alle da, jetzt geht's los. So, ich bin ja da hinten bei dem Tonpunkt, ne? Hast du ja gesehen, wo wir eben gerade waren. Und ich habe halt eben genau denselben Kopfhörer und kann dann hier mit dem Menschen, der hier sitzt, sprechen. Kannst du mal das machen? Ja, ich gehe mal nachher. Guck, und hier kann er alles sehen, was auf der Bühne passiert. Blink. So, jetzt blick das bei ihm. Ja. Sozusagen, wenn du hier feststellst, dass ein Problem da ist, dann kannst du ihn anblinken und sagen so, hallo, hallo. Hier ist gerade ein Problem aufgetaucht. So, hier sind die sogenannten Züge. Da siehst du, da sind ganz viele Gewichte und hier geht ein Seil nach oben. Und dann kann man diese Stangen nach oben und nach unten ziehen. Siehst du diese Stangen da oben? Aber in der Sache funktioniert es so, man zieht da den Hebel, das ist die Bremse, und dann kann man das nach oben und nach unten machen. Das ist eine gute Frage. Wenn hier Leute längs gehen und das ist dunkel, dann kann man da sehen, da ist ein Hindernis. Also, dass man da drumherum geht. Schallplatten, kennst du noch Schallplatten, Emily? Ja. So, bei unserem letzten Stück brauchen wir ganz viele Schallplatten, aber damit das nicht so schwierig wird, haben wir die aufgeschnitten. Und wenn man sich das von vorne anguckt, sieht es aus, als ob das wirkliche Schallplatten sind. Und in Wirklichkeit ist das nur eine Kulisse. Wir haben tagelang, wenn nicht sogar wochenlang, geknickt und geklebt. Wochenlang. Wozu ist das denn? Das ist nämlich für den Vorhang. Erstmal musst du hier ziehen. Ja. Zieh mal richtig doll. Dollar. Ja, siehst du. Jetzt ist der Vorhang sozusagen gelöst. Bis ich ihn nicht mehr runterziehen kann. Jetzt ist der Vorhang zu. Ja. Der ist ja wirklich zu. Das ist jetzt der Vorhang, der geschlossen ist. Und wenn ich jetzt dran ziehe, kannst du gleich mal gucken, wie das aussieht. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Maske und dann kommen wir noch zu den Schauspielern. Einmal antworten. Hallo. Hallo. Hallo, das ist Emily. Hallo. Hallo, Emily. Guck mal, da hinten ist Jasmin. Ja. Meike. Und was machst du denn hier? Susanne. Ja, das ist unsere Gastroge, wo wir uns eben mal zurückziehen können. Und umziehen. Genau, umziehen und eben auch mal ganz kurz vor der Show noch eine Stärkung zu uns nehmen. Ich habe mir hier Orangen hingelegt, damit ich noch was Gesundes, also was Gesundes auch mal zu den ganzen Süßigkeiten, die ich hier auch habe, essen kann. Wenn du magst, gebe ich dir eine. Für später. Danke. Bitteschön. Ein bisschen so gummester Schmink. Ja, stimmt, das fällt mir gar nicht mehr auf. Also, in dem Theaterstück habe ich eine Rolle, die heißt Laura und Laura ist so ein bisschen auf Krawall gebürstet, ist ganz wild und will halt eben auch in Protest ausdrücken. Und das macht sie, indem sie sich halt dagegen wehrt, hübsch zu sein. Und das drückt sie eben auch mit dem Make-Up aus. Schau dir das Stück an nachher? Mhm. Echt? Wie alt bist du? Sechs. Ich hoffe, dann bist du unsere jüngste Zuschauerin. Ja, hier ist jetzt das Stellwerk. Wir sind jetzt sozusagen direkt unterm Dach. Und hier siehst du den Saal von oben. Hallo. Wozu ist denn das Buch? Das ist der Text für das Stück. Da kann der Mensch, der hier oben sitzt, verfolgen, was jetzt als nächstes kommt. Und dann sieht man irgendwie so Aufzeichnungen, wann das nächste Licht sozusagen kommt. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Emily, eine berühmte Internet-Fernsehreporterin. Hallo. 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 Ich muss die Kostüme waschen und die Schauspieler umziehen, wenn es ganz schnell gehen muss. Und heilen die Kostüme, wenn die mal kaputt gehen. Und die dann oben aufbauen. Ankleiderin nennt sich das. Ach, das ist ja schön. Hallo. Hallo. Na, hallo. Mein Name ist Tommaso. Wer bist du? Emily. Du bist die Emily, ja, von der habe ich noch nie gehört. Weil die Massenbilderin mich ganz toll so angemalt hat und so vorbereitet hat, dass ich jetzt ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Frau habe. Warum hat es mein Eindruck? Warum man keine Frau genommen hat? Hm. Die waren alle weg. Ja, da gab es ja auch. Die gab es ja, gab es ja keiner mehr. Heute Abend kommen 270 Leute. Wow. Vier, ne? Ja. Ich bin jetzt gleich nochmal auf die Bühne. Ich bin jetzt mal auf die Bühne. Und jetzt bleiben wir einfach hier. So viele Leute kommen jeden Abend, so viele Leute. Ja, jeden Abend. Das ist jetzt richtig viel zu tun. Habt ihr nie Ferien? Doch, ab und zu haben wir auch Ferien. Im Sommer machen wir mal Ferien. Dann ist das Theater ganz geschlossen. So drei Wochen lang. Dann machen alle Urlaub. Und danach geht es wieder los. Und so voll wie heute ist das hier jeden Abend. Wie viele Leute passen denn hier rein? Hier passen 410 Leute rein. Okay, wenn gleich alle drin sind, dann machen wir die Türen zu. Dann ziehen wir die roten Vorhänge, die du hier rechts und links siehst. Die ziehen wir dann zu. Und was, wenn man als Lister ist und die Türen schon zu? Wenn es spät kommt, dann lassen wir den eigentlich immer nur in den Rang rein, weil das ja, wenn der hier in ein Parkett reingeht, ist ja die Bühne ganz nah und dann stört das auch. Also da ganz oben? Genau, da wo wir vorhin auch die Tür aufgemacht haben. Du musst nochmal die Treppe öffnen. Hast du gehört? Jetzt nochmal? Die Leute sind im Saal. Wir machen jetzt den Vorhang zu. Da vorne zu. Super. So, jetzt hast du heute einen ganzen Nachmittag in den Hamburger Kammerspielen verbracht. Wie hat es dir denn gefallen? Huh. Das ist schön. Kann ich jetzt aber auch zugucken? Oh, dann würde ich sagen, müssen wir uns ganz doll beeilen und dann flitzen wir jetzt hoch in den Rang. Komm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.